So, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Minecraft Redstone Tutorial und in diesem Tutorial möchte ich euch wieder einen geheimen Eingang zeigen. Und dieser versteckt sich hinter diesem recht schönen Kamin, der in der Wand eingelassen ist und wenn wir einfach hier diesen Notenblock hauen, öffnet sich hier ein Durchgang, wir können durchgehen und die Tür hinter uns wieder schließen. Dasselbe können wir machen hier einfach wieder auf und zack, wir können hier wieder durchgehen und den Notenblock hier wieder hauen, um das aufzumachen. Das Ganze verbindet sich durch mehrere Mechanismen, einmal hier ein Data Update Detektor, einen T-Flipflop und verschiedenen Piston Mechanics, die hier die Blöcke hin und her schieben. Und einer der wichtigsten Tricks hier drin ist, dass man in Dispenser Flintenstil rein machen kann und diese zünden Netherrack an. Und wie man das Ganze hier baut, das zeige ich euch jetzt. Der ganze Mechanismus von der geheimen Tür von sich selber ist eigentlich zwei einzelne Sachen, also eigentlich sind die Teile ein Block breit und auf der anderen Seite ist dasselbe nur nochmal gespiegelt. Man fängt an mit dem Input Block, den kann man einfach so bauen, hier einen Schalter dran, hier einmal so Redstone dran und hier ein Repeater auf zwei Ticks mit einem Sticky Piston, der nach oben zeigt. So, weiterhin kommt hier hinter einem Block mit einer Redstone Fackel dran, darüber ein Block mit einer Redstone Fackel drauf, Block hier drauf und eine Redstone Fackel hier neben. Hier neben ein Piston, da ein Piston und hier ein Piston hin. Diese brauchen am Ende hier einmal den Ofen, die Rückwand davon, hier einmal Netherrack und hier eine Halfslap drauf. So, im nächsten Schritt kommt hier ein Redstone hin, ein Block mit einer Fackel und hier oben drauf ein Dispenser. Dazu kommt dann hier noch ein Bindenstil rein und das Ganze sollte jetzt funktionieren. Das Ganze hier ist dann der Boden, das können wir hier quasi drunter verstecken und hier haben wir dann unseren ein Block breiten Ofen. Dasselbe müssen wir jetzt nochmal hier auf der anderen Seite bauen, das heißt wir platzieren hier einfach unsere Blöcke, hier auch hier wieder unseren Input, hier mit der Fackel, so und hier. Und nicht zu pressen hier den Block, hier ein Sticky Piston, hier zwei Sticky Pistons, ein Repeater und ich habe das Ganze schon ein Block soweit nach innen gebaut. Das ist quasi, das müssen wir hier hin bauen, so. Hier den Repeater auf zwei Ticks, hier die Fackeln, so. Repeater, Piston, Piston, hier Netherrack, hier Bricks drauf, so. Und nicht zu vergessen hier ein Panzer mit einem Feuerzeug. Natürlich muss man, je öfter man diesen Durchgang hier benutzt, jeweils die Feuerzeuge nachfüllen, damit das Ganze auch noch konstant am funktionieren ist. So, hier noch ein Redstone drauf. Und das Ganze sollte jetzt so funktionieren. Jetzt können wir im Prinzip unseren Boden hier hinbauen. So, und im nächsten Schritt kommt dann die Wand hier hinter und wir bauen den Ofen und den Data Update Detektor. Um den Ofen zu bauen, platzieren wir einfach hier zwei Treppen hin. Hier nochmal zwei Blöcke rüber. So, selbe hier auch, in der Rückwand auch. Und dann kommt hier im Prinzip unsere Ofendecke hin. Hier einmal zwei im Kopf stehende Treppen, die hier so rüber führen. Und dann können wir hier unseren Schornstein bauen. Unsere Wand besteht unten als eine Art Fundament aus Notenblöcken. So. Und hier kommen dann Dome Bricks rüber, weil man kann auch natürlich andere Materialien verwenden. Man muss nur aufpassen, wenn man Holz verwendet, das kann hierbei anfangen zu brennen. Und unseren Input, also dass wir das Teil aktivieren können, nehmen wir aus diesem Notenblock hier raus. Das heißt, wir müssen das Ganze auch hier überdecken. Und wie man diesen Data Update Detektor baut, das ist recht einfach. Wir platzieren hier hinter einfach einen Block, eine Redstone Fackel darauf. Dann hier hinter einen Comparator mit einer Kiste. In diese Kiste tun wir ein Item unserer Wahl, sodass wir die Fackel ausschalten. Davor ein Sticky Piston und einen Block. Und wenn wir jetzt hier Rechtsklick drauf machen, dehnt sich der Piston einmal auf. Und wir haben unseren Update Detektor. So. Um jetzt auch ein Signal aus diesem Update Detektor herauszuziehen, müssen wir folgendes machen. Wir brauchen hier eine Inputquelle. Die führen wir in einen Block rein, beziehungsweise hier dann in den Block, wenn der sich ausdehnt. Und nehmen das Signal dann hier weiter mit Redstone. So. Hier können wir dann vorne ganz einfach eine Fackel dran machen. Das Signal so nach hier unten leiten. Hier auch nochmal einfach eine Fackel dran. Und das Signal können wir jetzt von hier in einen T-Flip-Flop reinleiten. Und dazu müssen wir hier erstmal etwas Freiraum schaffen. So. Hoppla. So. Wie man den baut. Wir platzieren hier einen Sticky Piston. Hier einen Sticky Piston. Und in der Mitte einen Block. Hier drüber zwei Blöcke. So, dass wir quasi die Pistons powern. Und hier oben drüber Redstone. Und wenn jetzt, sag ich mal, ein Input in hier reinkommt. Verschiebt sich das Ganze einmal auf die andere Seite. Das heißt, wir können im Prinzip hier eine Redstone Fackel drunter stellen. Und einmal das Signal hier herausleiten. Und das müssen wir dann hier in diese Glöcke hineinleiten. Dazu müssen wir hier wichtig vorher Repeater vorplatzieren. Das Ganze hier mit Redstone verbinden. Und auch hier eine Spur verlegen. Und das Ganze war es dann eigentlich auch schon im Prinzip. Wenn wir jetzt hier das hier betätigen, geht das auf. Wir können hier durchgehen. Unseren Gang dann hier hinbauen. So. Oder einen Raum. Je nachdem. Und was wir jetzt noch machen können ist, wir können hier eine Wand hin platzieren. Mit einem Knopf. Wo wir ganz einfach auch von innen die Tür schließen können. So. Das Ganze sieht genauso aus wie von vorne. Wenn man das jetzt hier öffnet. Passiert genau dasselbe, als wenn man diesen Notenblock betätigen würde. Das Ganze war es dann auch von diesem Tutorial. Falls es euch gefallen hatte, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Lasst wie immer konstruktive Kritik da. Und auf Wiedersehen.